So, Aufnahme läuft. Bleib mal stehen, fahr mal zurück. Ja, hallo und herzlich willkommen, ich bin der Max und heute gibt es mal wieder ein bisschen Gameplay und zwar zeige ich euch das Spiel Spintires. Ich habe das schon für CineGamers auf dem CineGamers YouTube-Kanal vorgestellt und Spintires ist eine Simulation für Offroad-Fans und vornehmlich hier mit LKWs, wie ihr seht. Es gibt russische LKWs, aber es gibt auch eine Modding-Szene, die hier sehr aktiv ist und ich hatte schon ein Fahrzeug ausprobiert, aber leider kann man das noch nicht wirklich modden, das Spiel nur halt durch ein paar Tricks und Kniffe und dann kann man aber nicht Multiplayer spielen und genau das will ich heute machen. Ich spiele nämlich zusammen mit dem Max Tower hier als Tellerrand. Sag mal hallo. Hi, hi, hallo. Ja, der Max Tower hat mir auch ein bisschen was über das Spiel erzählt, als ich es nämlich zuerst gespielt habe, wusste ich nämlich gar nicht, was man hier alles machen kann. Und bin halt immer irgendwie versackt mit meinen Fahrzeugen und dann hat er mir ein bisschen was erklärt und dann habe ich schon einen ganz anderen Blick auf das Spiel bekommen. So, ja, wir wollen halt ein bisschen durch den Wald gondeln und deswegen, das geht hier natürlich mit diesen riesen LKWs, die alle super Allradantrieb und Ballonreifen haben, geht das super schnell und einfach. Oder, ja, halt eher einfach. Und wir wollen uns aber die Aufgabe stellen, das ein bisschen aufwendiger zu machen, deswegen fahren wir mit russischen UAZ-Jeeps. Und, ähm, okay. So, Licht an und dann gondeln wir gleich mal los hier. Ja, welche Richtung? Links, rechts, geradeaus? Zum Vulkan. Wir sind, wir spielen auf der Map Vulcano, das heißt, wir müssen, warte, 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 ich kann es dir gleich sagen. Ja, wir müssen eigentlich geradeaus und uns dann langsam irgendwie links halten. Irgendwie links halten, aber erstmal geradeaus. Also, wir sollten, nee, warte, lass uns nach links fahren, nach links müssen wir fahren. Okay. Links. Du lead the way. Ja, ja, du willst bloß, dass ich mich festfahre, damit du mich rauszehren kannst. So. Ja, links ist auch noch eine Straße da, links. Ja, ich glaube, die müssen wir auch nehmen. Die linke Straße, genau. Also, wir fahren hier halt jetzt durch die Wallachai. Moment mal, ich muss mal kurz hier ein bisschen leiser machen. Sehr laut, das Spiel. Äh, wo war denn das? Also, die Straße sieht auch schon sehr puppelig aus. Ich glaube, wir können hier nicht so mit Vollgas durchfahren. Ein bisschen aufpassen, nicht, dass die Karren uns dann auch noch verlegen. Ja, wir müssen vorsichtig sein, auf alle Fälle. Ja, wie gesagt, ich hatte schon ausprobiert ein modifiziertes Fahrzeug. Das war ein Mercedes G65, glaube ich. Sehr schönes Teil, auch so mit Ballonreifen und so. Und, äh, das war echt ein schönes Ding. Aber das kann man eben nur im Singleplayer benutzen. Und ich hoffe, dass da bald der Mod-Support funktioniert. Denn dann kann man hier halt auch mal mit anderen Fahrzeugen durch die Gegend fahren. Und wir haben uns jetzt halt vorgenommen, hier mit diesem UHZ. Der hat zwar Allradantrieb und Differenzialsperre und so. Ähm, aber, ja, wenn man hier wirklich in eine Wallerei kommt. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Ähm, vielleicht sollten wir erstmal ein paar Dinger freischalten, damit wir überhaupt was sehen, oder? Ja, ja, wollen wir uns erstmal links wenden und dann einfach mal um die Insel fahren oder wollen wir nach rechts? Ne, wir fahren nach links, komm. Ja, und gestern bin ich halt mit dem Mercedes rumgefahren und hab's halt, äh, leider nicht mehr rechtzeitig geschafft. War dann in der Spritalle und so fünf Meter vor dem, vor dem rettenden, äh, Treibstofflager. Ja, haben wir die Bilder dazu gesehen. Na? Ohm. Bin ich schon 67 schon? Hier, komm, ich bin da. Ja, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Handbremse, Handbremse, Handbremse. So. Jetzt wünscht er mich raus, sozusagen. Habt ihr die Anfrage geschickt? Ja. Warte mal ein bisschen. Oh! Oh, Schatz. Vorsichtig, Mensch. Oh, das war ein bisschen zu schnell, zu wüst. Zieh, zieh, zieh. Häng ich gleich fest. Ist egal, warte mal, ich starte mal meine Engine. Gut, alles klar. Ja, geht doch. Okay. Also das ist, ist schon irgendwie eine witzige Sache. Und ich sag mal, wenn man nachher, oh, scheiße, Alter. Wenn man nachher mehr Fahrzeuge hat. Scheiße, Alter, was ist das denn hier? Das ist gefährliche Gegend, ne? Oh, scheiße. Halt mal Abstand. Ja, du bist schon eingesunken. Oh, ich komm schon jetzt. Ja, ich komm jetzt schon nicht. Oh, ich komm nicht mehr raus. Nein! Nee, ich komm nicht raus. Ist kein Problem, kein Problem. Ich zieh dich einfach raus. Ist! So. So. Ähm. Ich helfe mit. Aktiv. Fahr rückwärts. Ah, Freiheit. So, jetzt müssen wir gucken, wie wir da hinkommen. Es ist nämlich, äh, ein Problem. Jetzt haben wir ein Problem, mein Freund. Also, ich bin jetzt schon drüben. Bin hier rechts. Über diesen kleinen Weg hinter mir rüber. Gepüppelt. Es ist echt, äh, Geschicklichkeit hier. Muss man einfach mal so sagen. Vollgas. Jawoll. Yay. Oh, oh. Gefährlich. Gefährlich, Alter. Alter, ey. Scheiße. Ja, die Karren sind halt nicht dafür gemacht mit ihren dünnen Reifen. Ähm. Ich denke, mit dicken Reifen würde das vielleicht auch noch anders aussehen, ne? Ja. Denk ich auch. Wir versuchen uns einfach mal dahin zu kommen. Tanker. Yay. Hier bei dem Tanker. Ja. Da kann man sich reparieren und aufladen, denke ich. Da kann man sich nicht mal. Äh. 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 Deine Winde ist gefragt. Echt? Ja. Okay. Natürlich, kurz zurück. Wer? Es. Ich zieh. Ich zieh ja schon. Zieh. Sehr gut. Okay. Okay. Das ist doof. Ja, es ist halt was anderes anstatt mit den Urals. Mit den Urals kommt man hier überall durch. Aber nicht mit dem Plan. Mit dem Urals. Mit dem Urals. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Kannst du das auspiepen? Alter, wo bist du? Wo hast du uns hier hingeführt, Alter? Das ist nicht der richtige Weg. Ja, fahren wir wieder zurück. Oder irgendwann. Ja, wie denn? Ist nicht mit zurückfahren. Ich hänge hier wirklich. Ey, das ist Matsch. Matsch, Digga, geht nicht. Ich habe gedacht, das wäre dein Weg vor. Ich winde mich hier mit der Winde. Also, ohne Winde geht hier gar nichts. Das ist schon mal ein Fakt. Was willst du denn noch hier? Bist du irre? Er fährt da. Oh, 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 oh. Das ist das für kloppt, ey. Zieh die Karre aus dem Dreck. Nee, 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 nee. Zieh die Karre aus dem Dreck. Nee, 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 nee. Und weiter in den nächsten Dreck. Das wird ein Riesenspaß. Jetzt hängst du fest. Yeah. Toll gemacht. Nein. Was? Was ist los, Alter? Was bist du an dem Baum, Mann? Wir sind hier. Du hast uns irgendwo hingebracht. Ich weiß es nicht. Wir sterben wegen dir. Wir müssen sterben. Das ist einfach der falsche Weg. Ja, liebe Zuschauer, ich würde sagen, keine Ahnung. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr davon mehr sehen wollt. Max Towers und Max Marins Abenteuer in der Wallachai mit Festfahren, einen Haufen Matsch und lustigen Winden-Abenteuern. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich sage hier erst mal Tschüss. Bis dann. Ja, danke fürs Zuschauen. Ich freue mich natürlich über jeden View und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch einen Daumen nach oben da. Und falls noch nicht geschehen, ein Abo fände ich auch ziemlich klasse. Ich sage Tschüss. Bis dann.